Hallo, herzlich willkommen bei Riverside Ortenau. Wir sind ein freier Träger der Jugendhilfe und Bildungsträger kümmern uns um langzeitarbeitslose Jugendliche. Jugendliche, die einfach in der Berufswelt ein paar Schwierigkeiten gehabt haben. Das ist das eine Projekt und das andere Projekt. Wir kümmern uns um schuldistanzierte Kinder hier aus dem Kehlerraum. Kinder, die bei uns bei Riverside eine Auszeit nehmen, die momentan einfach nicht beschulbar sind. Wir haben unter anderem eine Fachwerkstatt für Lackierung. Wir bilden aus als Fahrzeuglackierer und unser Schwerpunkt ist die Restauration, also Lack- und Blecharbeiten für Oldtimer, aber auch ein kleines bisschen Unfallinstandsetzung. Schwerpunkt ist die Restauration, die bei uns 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 Ich weiß nicht, dass ich mich nicht mehr so fühle, dass ich mich nicht mehr so fühle, dass ich mich nicht mehr so fühle. Ich weiß nicht, dass ich mich nicht mehr so fühle, dass ich mich nicht mehr so fühle, dass ich mich nicht mehr so fühle. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020